Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch, dass Krishna euch alle beschützen macht, dass ihr weiter Fortschritt machen könnt. Jedes Mal, wenn ich herkomme, sehe ich, dass sie die Gottgeweihte mehr fortgeschritten haben. Einige mehr, einige weniger. Und einige sind so ein bisschen erblasst. Das ist natürlich in der Norte. Ein paar Mal hat man gesagt, man soll es nicht darüber wundern, dass jemand in Maya ist, sondern man soll es darüber wundern, dass es Gottgeweihte gibt, die nicht im Maya sind und die Fortschritt machen im Krishna-Russel. Normalerweise tendieren wir Männer darüber zu sprechen über Skandale und Probleme, die die Bodhis haben. Und wir geben weniger Aufmerksamkeit denjenigen, die ganz demütig, Tag nach Tag, Rundenchampen und so weiter, über die spricht man normalerweise nicht viel. Man spricht mehr über diejenigen, die Skandale bauen. Das Internet ist da voll von. Aber dass da jemand ist, der jeden Tag seine Tute macht, in Dietis und für die Dietis, kocht, raus geht und Bücher verteilt und so weiter. Davon sprechen normalerweise nicht viele im Internet, zum Beispiel. Aber das ist im Grunde viel wichtiger. So, ich möchte mich, wie gesagt, bedanken bei euch. Das war wieder sehr inspirierend hier. Ihr habt ein sehr, sehr schönes Projekt hier. Und ich hoffe, dass Krishna euch mehr und mehr beschützt, mehr und mehr Möglichkeiten gibt, weiter einen Fortschritt zu machen. Und die Zahl der Gottgeweihten, die hier sind, vergrößert, mehr und mehr und mehr, dass ich mehr und mehr ernsthafte Leute angezogen fühle. So, und nächstes Mal, wenn ich komme, sehe ich, dass ihr noch mehr Fortschritt gemacht habt, dass ich noch inspirierter. Und vielen Dank für euch gemacht.